Es kommt nie... Ich sage die Tür zu greifen. Es kommt niemals. Ja, wenn ich jetzt habe, bekommst du nicht die Tür zu greifen. Oh nein, es muss nicht die Tür zu greifen. Jetzt hast du das Falsche an. Nein, ist richtig. Du musst die Bändchen nicht tun. Das ist ein Ruck. Jetzt ist es so grobe. Hier habe ich die Tür zu spüren. Das ist nicht die Tür zu halten. Das ist die Tür zu halten. Oh nein! Die Tür zu halten. Scheiße! Nein! Pssst! Scheiße! Zum Glück können wir so Sachen... Ey, komm mal, ich geh da gerade so stressig als Frau, wie so Sachen in der Zwänge. Wisst ihr was? Ja, das ist doch so ein Ding.